Ja, wir betreiben mit meiner Familie einen Geflügel- und Gemischbetrieb in dritter Generation. Die vierte und die fünfte steht schon in den Startlöchern. Seit über 20 Jahren Bioland Mitglied und haben schon immer die Philosophie betrieben, vielseitig zu denken und auch vielseitig zu vermarkten. Kerngeschäft ist die Junghennenaufzucht, mit angeschlossen natürlich auch die Bruderhähne, die da jetzt seit zwei Jahren auch natürlich dann dazukommen, haben aber auch schon jahrelang vorher mit Bruderhähnen viel experimentiert und Versuche gestartet. Seit neun Jahren ist die ökologische Tierzucht hier im Betrieb, also eine unabhängige Geflügelzucht. Ziel ist da das perfekte zwei Nutzungshuhen zu züchten. Schafe haben wir auch immer schon lange Zeit gehabt, um halt im Betrieb Grünlandflächen zu nutzen. Dann kamen jetzt ein paar Bullen dazu, Ackerbau ist dann auch sukzessive immer weiterentwickelt worden. Spezialisiert haben wir uns ein bisschen auf Kartoffeln auch, Speisekartoffeln. Und mittlerweile mit über 15 Mitarbeitern haben wir dann auch erkannt, dass wir einen sehr vielseitigen Arbeitsplatz schaffen. Und das ist gerade jetzt in der heutigen Zeit besonders wichtig und hat uns auch immer Spaß gemacht. Nicht nur irgendeine Sache nur gezielt zu machen, sondern um lange Tage auszuhalten, braucht man viel Vielfalt. Und dann geht man mit viel mehr Elan an die Arbeit. Unsere Mitarbeiter machen einen sehr zufriedenen Eindruck. Und da gehört auch das Schlachthaus jetzt seit zwei Jahren dazu. Da wir die ganze Woche mit lebenden Tieren arbeiten, wissen wir auch, dass wir besonders gut schlachten, weil wir die nötige Ehrfurcht auch vor dem Tier haben. Das Ergebnis aus dem Schlachten sehen wir jetzt auch, dass wir da einfach eine sehr gute Qualität haben. Kaum Transportwege mit kleinere Mengen, wie wir da wöchentlich schlachten, stehen natürlich vor dem Problem, wie vermarkten wir hochpreisige Produkte, weil handwerkliche Kunst im Schlachthaus bedeutet auch etwas höhere Kosten. Aber die spiegelt sich in hoher Qualität wieder. Wo wir aber nach wie vor Schwierigkeiten haben, natürlich das Kundenklientel zu finden, zu erreichen, die das auch wertschätzen, was wir da anbieten. Ich würde sagen, es ist hier einzigartig, was wir hier machen. Ja, und wir sind sehr transparent. Wir können behaupten, dass wir seit über 25 Jahren keine Antibiotika in unserem Betrieb einsetzen. In keinster Weise. Haben also da schon lange Zeit erkannt, wie man, wenn man Tiere vernünftig hält, mit ein paar wichtigen Parametern, dann klappt das auch so. Und ja, und dementsprechend treibt uns das mit viel Energie an, zuversichtlich in die Zukunft zu gucken. Ja, in erster Linie holen wir uns natürlich auch nur so viele Tiere rein, wie wir in dem Durchgang auch schlachten können. In jeder Kiste sind immer sechs Stück. Und wir kriegen in dem Trichter genau zwölf Tiere verpackt. Und für den gesamten Schlachtprozess haben wir uns schon mit den zwölf Tieren gut eingespielt, dass das nicht immer zu lange dauert, die Tiere schnell ausbluten können und dann weiter geschlachtet werden. Es ist eigentlich alles hier auch bei der Schlachtung darauf ausgelegt, dass die Tiere so stressfrei wie möglich haben. Also sprich, gestern Abend ganz spät im Dunkel gefangen, keinen weiten Weg transportiert. Die sind bei uns auf der Zweitstelle in den Mobilstellen groß geworden und sind dann hier einen Kilometer bis hier gefahren. In der Nacht und jetzt so früh wie möglich fangen wir dann natürlich auch an zu schlachten. Wir holen nur diese Tiere rein, damit die anderen Tiere gar nichts von dem ganzen Prozess hier mitbekommen. Und auch die, die jetzt hier noch mit uns hier im Schlachthaus stehen, sollen natürlich auch so wenig mitbekommen. Deswegen packen wir sie nicht einfach irgendwie blöd an, die Hähne, sondern versuchen schon, die einfach so ruhig wie möglich sich hier verhalten. Ist für uns als Anwender natürlich auch eine ganz angenehme Sache, wenn hier nicht alle zehn Sekunden ein Hahn durch die Gegend schreit. Und jetzt versuche ich hier den Kopf zwischen die sogenannte V-Elektrode zu halten, sodass im Bruchteil von Sekunden der Hahn gut betäubt ist. Dazu muss ich dann halt darauf achten, dass die Haut an diese Elektrode kommt und der Kopf auch perfekt, ich sag mal, durchströmt werden kann. Wenn ich jetzt auf die Federn halten würde, würde natürlich nichts passieren. Die sind wie eine Dämmung dafür. Genau. Ich halte dazu aber auch noch hinten einmal an den Beinen fest, damit die mich nicht kratzen und treten. Und mit der anderen Hand halte ich auch den Rücken, damit die Flügel nicht ausschlagen. Das ist für mich sehr angenehm und für die anderen Tiere auch, weil die gar nichts davon mitbekommen, dass der Hahn hier jetzt gerade betäubt wird. Und im Prinzip sieht man das auch direkt. Jetzt schlägt er kurz und ist aber auch sofort betäubt. Und die anderen haben nichts davon mitbekommen. Ich meine, so soll es sein. Genau, dann geht es weiter. Man hat ein paar Sekunden Zeit während der, nach der Betäubung und dann soll man sofort den Kehlschnitt setzen. Die beiden Halsschlagadern sofort durchtrennen. Innerhalb von zehn Sekunden verliert er 80 Prozent seines Blutes. Ja, das kann man nicht verhindern, diese Zuckungen. Guck jetzt auf die Augen und auf die Atmung. Da passiert nichts mehr. Die Augen sind jetzt in dem Fall geöffnet. Er atmet aber auch nicht mehr. Und somit ist die Betäubung perfekt gewesen. Ja, fürs Tier und für mich am einfachsten. Und am schönsten. Genau. Und so versuchen wir jetzt Tier für Tier ruhig, ruhig und langsam oder in unserer Geschwindigkeit. Langsam ist natürlich nicht richtig durchzugehen. Es ist das Wichtigste, dass alles richtig abläuft. Unserer Meinung nach. Genau. Das Gerät hilft mir immer dabei. Zeigt mir genau an, wann die Betäubung fertig ist. Den Schnitt setzen. Und jetzt gucke ich noch mal drauf und entscheide für mich, ja die Betäubung ist richtig. Wir schneiden jetzt hier die Füße ab. Da ich ja nicht genau weiß, was mit den Tieren passiert im Nachhinein, versuche ich die immer genau im Gelenk zu treffen, damit ich hier wirklich die Rundung vom Gelenk mitnehme und im Vakuumbeutel nachher die Füße nicht kaputt gehe. Das geht mit diesen Zangen eigentlich ganz gut. Die quetschen das Gelenk schneiden natürlich auch ein bisschen. Ich könnte damit auch einfach den Knochen durchschneiden. Aber wie man hier sieht, ist das eine ganz schöne Rundung. Und somit geht der Vakuumbeutel, die Füße nachher noch kaputt, wenn wir die einfach filmieren. Das ist noch so eine kleine Zeit. Und die Füße, weil man für hohe Futter nutzt. Genau, jetzt kommen die Tiere, nach denen die Füße abgeschnitten sind, in den Brühkessel leiden für 30 Sekunden. Füße. 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 Weißrunden Schnitt hinten in die Kloake und beschädigen so den Darm nicht. Jetzt weitern wir die noch ein bisschen mit einem Schnitt auf, um besser die Innereien rauszubekommen. Und dann kommt die Gabel und damit holen wir die erstmal alle nach vorne. Wenn die Innereien alle vor einem liegen, sammeln die immer nacheinander erstmal die Leber ab, achten aber immer gut drauf, dass die Galle nicht verletzt wird. Und dann hinterm Drübenmagen den Mark rausziehen und dann zum Schluss das Herz hier aus dieser Höhle einmal wieder rausholen. Und dann ist eigentlich das Tier so gut von innen leer. Danach haben wir das Lungensaug. Und mein Lungensaug wird hauptsächlich erstmal die Lunge rausgesaugt und sonst noch alle weiteren Schlachtreste. Also Innereienste. So dass das Tier danach von innen einfach sauber ist und keine Verschmutzungen mehr beim Kochen entstehen können. Genau. Und in der Nacharbeit wird dann nochmal das Tier von außen und von innen gut durchgespürt. Danach sammeln wir dann nochmal die letzten Federn, nochmal die letzten kleinen Reste, die Kopfhaut. Und wenn noch was für eine Luftröhre drinsteckt, noch raus, sodass das Tier dann letztendlich sauber ist und dann auf den Abtropf wagen kann. Dann direkt in den Kühlraum, dann runterkühlen und dann am nächsten Tag können sie rausgefahren werden. Entweder vom Kunden frisch abgeholt oder dann einvakuumiert und dann wird die Fett versehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017